hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded dann machen wir das ganze noch mal sonst bräuchte ich nur noch ein schild für das ding inventar aus wo mache ich das so die ameisenlöwen rüstung kommt raus wir gehen nämlich jetzt nur auf die jagd nach den steinen die ameisenlöwen rüstung saft da irgendwo war doch soft irgendwo war saft hier nicht so essen aufhängen was lässt sich sehen gut junge bin schon weg der war uns so dicht auf dem fersen nicht eigentlich unter wasser mit dem spiel auch was machen testen ja ich höre ich mit einem schlag das ist ja wie die braucht unfassbar ist vielleicht noch gerade eine spinne da ich höre eine auch der war das wasser spinne und gleich eine goldene karte super das waren doch hier alle mehr gab es nicht muss mir das echt angewöhnt weil sie gleich noch mal der eingang genau unterm blatt müsste der sein hier ist er was ich würde mal behaupten hier war es doch nicht was ich da vorne nein nein da muss man da ist das blatt und hier ist auch schon gleich der eingang oder ja das ist hier sind die ameisen köpfe das bedeutet hier müsste das rezept irgendwo sein oder zahn hier war das rezept ja genau und hier sind die dinge die dicken oberster marmor und ganz genau so habe ich hier was liegen lassen das augen gucken ich habe nichts liegen lassen das heißt hier sind wir durch natürlich ganz vergessen wo alle anderen sind mieter dienst bornpunkt nicht gesetzt okie dokie ach warte mal ne das ist nicht hier ne ne das ist nicht hier schade das labor ist ja da hinten also in der kübel war da eigentlich auch was drunter ja man hört schon 500 punkte das ist halt nix hier ist noch der ring den ich nicht erkundet hatte oder ich den schon und dann hatte ich den hatte ich schon und jetzt war doch hier noch irgendwo ein labor an der wand aber vielleicht sollte ich erst mal luft schnappen ja besser ist das die machen einen lärm okay dann wieder runter das ist dann das labor an der wand also hier das spinnenlarven spiel ach hier ist es doch habe ich noch genug luft ich hoffe es geht auf geht's auf 58 sekunden dadurch ich habe ich alles schon geholt ne so und jetzt kommen wir nämlich hier drin weil wir haben das ding muss ich hier drücken was hier drin linkes elfen amulett ok wir haben das linke elfen amulett bekommen so 39 sekunden jetzt wird es seit hier raus zu kommen und zwar schnell schauen wir uns heute mal an was wir noch so ja nicht hier konnten sondern und ist der käufig nicht dass wir erkunden können sondern was wir noch erforschen können komm jetzt bitte ja geht doch tut mir leid ich brauche dich zum essen los geht's ab nach hause ja 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 okay nein ich habe die tür offen gelassen hier oben eine arme also ja 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 mal aufhängen ich nehme die mal mit raus die muss ich ja noch analysieren aber ja gleich machen wo wir schon mal hier sind wo wir schon mal hier sind schön alles mitnehmen ich sollte auch vielleicht wenn ich hier hinten bin immer gleich die pilze fällen pilze fällen hört sich so falsch an pflücken ja pflücken kann ich nicht dafür bin ich ein bisschen zu klein von denen brauche ich jede menge aber Inventar sagt nee daneben nicht Ja und jetzt ist sie inventar voll jo Jop Ich bin schnell so hier analysieren bitte das ding das bekommen wir wahrscheinlich nix so das 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 Jetzt haben wir freigeschaltet bis hierhin. Wie wird das denn gemacht? Das sieht mir gefährlich aus. Was kann die Rüstung? Ein Plan, aber man braucht bestimmt ganz viel. Das ist eine Level 3 Rüstung. Kann ich nicht machen. Das ist eine Level 3 Rüstung. Die andere Rüstung ist gar nicht drin. Okay. Der gerade geschnarcht. Das ist jetzt im Moment nichts, was ich unbedingt bräuchte. Kochbücher. Wir heben uns die Punkte auf fürs nächste Update. Ende des Monats. Vielleicht brauche ich ja da noch was von. Wir sind schneller. Ja, vor allen Dingen sind wir schneller. Ich jetzt? Wir sind ja kein Deutsch schneller. Ja. Das sagt er immer wieder, ne? Ich werde es nicht tun. Na, vielleicht doch. Kein Platz. Okidoki. Ja, da oben ist der Grill. Da musst du drauf. Okay. Erstmal meine Sachen ablegen. Und zwar. Taucherausrüstung. Guck mal, wo ich die denn hin. Da. Da. Und dich da. Da. Zack, 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 zack. Das ist hier nochmal so ein Ding. Das muss hier hin. Das ist eigentlich zu Taucherausrüstung, ne? Äh, ja. Ich möchte es mit da hin und da hin. Was kann das? Unbesiegbarer Abschirmung. Was macht denn... Das ist ein... Ein Kieseldorf-Klatschelf greift nach etwas auf der rechten Seite. Es fühlt sich wichtig an. Äh, ja. Wieso bin ich hier Puppenhaut eingelagert? Äh. Warum? Kein Plan. Und hier? Ja. Du hast auch mal Saft. Aber hier war der Saft drin. Ich hab's auch. Ähm. Ähm. Ja. Oberste Quarzscherbe und... Oberste Marmorscherbe. Was kann ich jetzt mit den Dingern machen? Dafür brauche ich robuste... Robuster Schleifstein. Den ich nicht machen kann. Robuster Schleifstein, ne? Robuster Quarzscherbe. Das ist doch nicht normal. Ja. Also mit den obersten Dingern können wir noch gar nichts anfangen. Brauchen wir neue Kiste. Ich hab's doch gar nicht. Okay. Stabel verschrotten. Die krieg ich immer wieder. So. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Im Moment kann ich die Dinger ja wahrscheinlich gar nicht benutzen, oder? Ne. Ähm. Muss mein Bogen. Ne. Der braucht mächtiges Juwel. Und dafür brauchte ich doch die... Äh. Ich hab's immer noch nicht so richtig kapiert, ne? Spröde Panzerung. Bröde Marmorschreibe. Brüde Marmorschreibe. Und zweimal. Achso. Noch Saft und Marmorschreibe. So. Spröder Schleifstein. Bröde Quarzscherbe. So. Stabile Panzerung. Robuste Marmorschreibe. Robuster Schleifstein. Robuste Quarzscherbe. Robuste Quarzscherbe. Okay. 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 Also. Läuft bei mir irgendwas falsch, oder? Robuster Schleifstein. Sieht so aus. Richtig. Oder? Wo liegt jetzt mein Fehler? Robuster Schleifstein. Robuster Schleifsteine. Robuste Schleifstein. Die sehen so aus. Das ist aber ein Spröder Schleifstein. Und Robuste Schleifsteine. Gibt es nur ein Rezept? Robuste Quatsitscherbe. Der vielleicht hier. Robuster Schleifstein. Ja gut. Mach ich die mal. Eine stabile Panzerung. Robuste Marmorschalbe. So, okay. Fabile Panzerung. Da. Das ist Robuster Schleifstein. Und Brüder Schleifstein. Okay. Mächtige Klumpen. Kann ich machen. 4? Ja, das hier bei der Rüstung, was braucht der als nächstes. Höchste Panzerung. Hä? Höchste Panzerung. Und? Was haben wir hier gekriegt? Nicht höchste Panzerung? Fabile Panzerung? Höchste Panzerung. Höchste Panzerung kann ich nicht herstellen. Okay, gut. Hm. Hier sind schon irgendwelche Batzen drin. Nee. Bogen. Mächtiges Juwel. Also 5 mächtige Juwele. Aha. Mächtiges Juwel. Kann ich nicht machen. Das bedeutet... Minzige Batzen kann ich noch machen. Salzige Batzen. Salzstücke und robuste Schleifsteine. 3 Salzstücke. Ja gut, das würde ja noch gehen. 4. Und ich brauche, wenn ich aufrüsten will, wenn ich das Ding auf salzig machen will. Hm. Nee, nicht frisch. Was salzig? Salzig. Ich brauche 5. Ich kriege nur 4 raus. Ah, ist doch doof. Okay. Es wird schon wieder dunkel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen. Gehabt euch gut und... Tschüss.